Wem würdest du BNI empfehlen? Jedem Unternehmer auf der Welt. Ich bin Sascha aus der Maya Cloud. Wir stellen kleine virtuelle Windows-Bildschirme her und betreiben über die Cloud für Betriebe den virtuellen Windows-Arbeitsplatz. Ich bin im Chapter Ferdinand Braun hier bei uns in Hannover. Ich bin bei BNI, weil ich bei BNI meine Multiplikatoren finde, also meine Dienstleister oder vielmehr meine Lieferanten, um Softwarehersteller, die einfach ihr Produkt erweitern wollen, um Cloud-Dienstleistungen und mit denen gemeinsam finde ich dann neue Kunden und kann gemeinsam auf Neukunden fangen gehen. BNI empfehlen kann ich eigentlich jedem Unternehmen in Hannover oder eigentlich in Niedersachsen, eigentlich auch in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz, einfach weltweit.